Der Elite Man Ja, der ist gefahren für das Halbfinale! Der Elite Man! Jetzt wird's interessant! Jetzt gibt man hier Vollgas! Ah nein! Hier im Hopfarm Philipp Schaub! Die zwei hier! Auf 1-2, dann auf 3-Kreis-Stindler, auf 4 ist noch ein Lägel! Das ist Marco Heckel auf der 4 mit der 9-0-1! Philipp Krohn auf der 5 in Lauerstellung! Vorderberg, Cleo Webster, Philipp Schaub auf 2! Kai Schwindel auf der 3! Marco Heckel auf der 4!